Willkommen in diesem Augenblick. Die unendliche Weite dieses Moments lädt dich ein, da zu sein. Und wieder kommt der Atem und geht. Und wieder ist alles neu wie in jedem Augenblick. Neues Leben erwacht, immer neu, immer jetzt. Und ich bin mittendrin in diesem Jetzt. In diesem Moment als bewusstes Sein. Alles wahrnehmend. Alles erfahren, was ist. Zu bemerken, was immer ist. Unveränderlich, unzerstörbar, ewiges Sein, das ich bin. Wissend, wahrnehmend, erfahrend mit meinem ganzen Sein. Und zu bemerken, was in diesem Moment kommt und geht. Der Atem kommt und geht. Der Herzschlag geschieht. Gefühle können auftauchen und wieder gehen. Bilder können auftauchen und wieder gehen. Geräusche können kommen, wie ein Klingeln des Telefons. und wieder gehen und wieder gehen und wieder gehen. Ich aber bin. Gedanken können auftauchen. Gedanken können auftauchen oder auch nicht. Oder auch nicht. Und wieder gehen und wieder gehen. Aber ich bin immer jetzt all das wissend, was kommt und geht. All das sehend, was kommt und geht. Alles nur jetzt in diesem Moment wahrnehmbar. Ich bin immer sichtbar. Ich bin immer sichtbar. Zu wissen. Immer nur jetzt. Und ich erlaube mir, wieder. Wieder wieder vollständig mit allem, was ist, jetzt zu sein. ganz, ganz vollständig und vollkommen mit allem, was ist, hier und jetzt da zu sein. Und ich bemerke, dass jeder Moment einzigartig ist. jeder Augenblick ist unverwechselbar einzigartig und doch ewig seiend. Das Leben selbst, das Erleben in diesem Moment. mich selbst erfahrend, mich selbst wahrnehmend, meines lebendigen Seins. Mein reinstes ewiges Sein, das ich bin. in Dankbarkeit erfahrend, in tiefer Demut seiend. Da gibt es nichts, was größer ist und nichts, was kleiner ist. Es gibt hier keinerlei Bewertung, Vergleich, nur rein sein. erfahren, erfahrend, bewusst, erfüllt, erfüllt, von der eigenen Existenz, reinen Seins. Alles ist vollkommen, weil vollkommen da ist. Momente des Seins, ganz bewusst. Momente des Seins, ganz bewusst. Momente des Seins, ganz bewusst, Dieser Moment der Ewigkeit zu sein. Wissend, da gibt es die Dimension der Formen, der Materie in Zeit und Raum, die sich bewegen, verändern, schneller werden, sich verlangsamen. Doch ich als Sein bin immer da, wahrnehmbar, erfahrbar, in jedem Augenblick, das Jetzt im Moment. Untertitelung des ZDF, 2020